Da ist er wieder, ja, also eigentlich nicht viel später als vorher. Ich nehme mir diesen Part am gleichen Tag auf, wie ich den letzten aufgenommen habe. Eigentlich am Freitag vor dem Management-Spielchen. Und wir laufen in Ultra-Geschwindigkeit wieder zurück an den Ort des Verbrechens, weil wir ja auch alle keine Zeit haben. So, wir sind wieder da. So, wir sind Berries mitnehmen. Jede Beere, die wir mitnehmen können, die kann uns später in der, nicht in der Arena, in der Pokémon-Liga helfen. Bin ja gespannt, wie er die Poké-Liga gepatcht hat. So, die Dame hier. Stop! Have a good look at my precious Pokémon. Ja, wenn sie da, wenn sie da schon sagt. Wir machen da das auch. Es müsste eine Schönheit sein. Adelheit, Jessica. Hitmonter, boop, 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 boop. Hat sich gedreht. Ihr habt es alle gesehen. Naja, das ist keine gute Ausgangslage. Wir nehmen uns zusammen noch schnell den Angriff. Nehmen den Sky. Ich pull das schnell. Wir machen hier schön Psychokinesens Gesicht. Und der auf den Kopf sich dreht Typ ist tot. Hítmon top. Hat ins Gras gebissen. Verständlicherweise. Žugong. das ist jetzt eine knoß muss man so betonen aber ja rudy brum ich hätte lieber wo die ja nicht mit donnerblitz aber das ist ja ein dickes pikachu auf dem schalter lässt mich nicht hin schock w macht immer nur protekt blöde wie fassade sehr schön sehr schön bitte eine neue attacke kommen natürlich nicht wo du es porsche klein batzen wir mal raus nein porsche an kann ja zu chinesen da was meinen fehler angelernt schön wieder raus wechseln ich hab das gelernt dass du psychokinese kommt ok setzt in dem sinne nur fake out ein und dann return um mich zu mich zu troon so viele der ist gut drauf der ist nothing i love more than checking out of the people's pokémon voll der creep eigentlich aber egal nicht wieder ein bisschen auch nehmen züchter auch der immer so starke pokémon und natürlichen freaking nine tails naja du 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 problem ist nur dass das vieh nicht physisch angreift deswegen nützt mir meine dings nicht egal fassade warum warum war die spitze okay die camen europe werden wie man die neu und spricht spielen wollte ich sage dass dem hermit diesem englischen worten aber ich schwitze immer noch meine fesse fassade ist nicht geil aber ist so die kann man irgendwie nicht einplanen am verrossen da müssen wir wechseln da haben wir jemanden der immun ist gegen den bösen nämlich der elefant 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 warum ich fragte sich vielleicht einige warum ich immer so elefant 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 sage es gab es gab mal spiel von hasbro dass sie sie im elefant elefant elefanten das war dann auch immer so wurde immer so beworben in der werbung ich kann das bis heute nicht vergessen wo ich mich wieder kratzen ist die möglich nachher mal wenn ich den rechner ausstelle heute abend definitiv weil man headset putzen das geht ja gar nicht lassen keine keine experimente sondern wirklich sich auf die stärken verlassen da da spiele ich nicht es sieht so klein aus dieses vier aber es ist böse deswegen ist weg muss nämlich weg das kann man das hat und das finde ich verteidigung ja natürlich egal extrem speed genau die geräusche macht es sollten ja genau so und nicht dann das hollo sehr schön da meine spuren schnell ich würde noch gucken jetzt haben wir uns ja so viele berries gut hier ist parallel genau sehr schön die frost ist hier ist confusion das ist eine tolle beere die die ich dann verwirrt okay we can move out to empty prey glück sind sie so laut dass alle wort mitkriegen ich habe mein team voll oder ja ja ich habe sechs punkt dachte schon meine fresse sind hier viele wenn wollen wir zuerst gehen wir mal hier und du bist ja nicht hey du aber wir müssen gegen die kämpfen aber das sind zwillinge weil sich die haben sechs pokémon weil die zu zweit darum stehen da nur zwei sicher ja überhaupt nicht übertrieben sondern aber das ist das trifft sich sogar sehr gut bis auf ein pokémon weil medica kann böse attacke die nennt sich nicht böse attacke sondern müssen wir den zuerst aus ausgeben fokus punch das ist nicht gut follow me auch nein da verdammt das hat er gut hat er sehr gut gelöst ja das überlebe ich nicht tschüss sind eine sehr gute taktik daran habe ich jetzt gar nicht gedacht dass er natürlich fokus punch einsetzungen mit der follow me weil die sonst hätten wir den schon vorher darum gekriegt hätte der gar nichts machen können haben hat hat die gut hat die sehr gut prediktet ja ja dafür da nicht schauen komme ich hier versuche mal noch in die an die stadt zu kommen weil bin ich ein bisschen näher als wenn ich da mal von oben alles runter wochen muss feier blast das ist gar nicht gut specialer verteidigung run أنbros hohoo hohoo Auer hoaya das ist ein kampf gegen windmühlen aus mit dir yo jaja dodo dход min으로 edia min делает kenne escape das ist schön für dich wenn so nicht so facking schnell wäre dann würde das ein bisschen einfacher gehen zu zu sowieso das mal schnell ein bisschen das ist nicht so ein spannender kampf arcanica drin bleiben das ist so schön gemacht und nach 64 sehr schön send news wigglytuff jetzt können wir dich wieder rausschicken gang schott reitschuh und bleiben wir drinnen kommen und jetzt aber mal säurepanzer werde langsam aggressiv ich will mir einfach säurepanzer nicht schenken ich tue jetzt hier mal schnell speichern und ich lauf direkt in die nächste rein und everybody pokémon afraid glaube dass mit in die nächste stadt kommen das kann ich mir bei dem trainer aufmarsch vergessen aber ich bin schon paralysiert das heißt problem aber es geht ja noch blöde pflanze was ist so eine wohl so eine starke pflanze aber das habe ich jetzt gut danke weil sonst normalerweise sonnenflora kann ziemlich viel einstecken wenn es muss lud für dies das war doch dieser liebeskuss oder liebe kurs oder wie der heißt lud für sie ist wie so ein analfabet aus mit der skype lang ist nicht ein strahl kann bin ich ein glücklicher mensch aber jetzt tricksen wir hinaus hoch hoch ausgeträgt hat nicht nichts gebraucht tja gut ausgekontert ist die spinder 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 war doch das war doch dieses dieses schweinchen da ane das war der popel flamethrower zink oh man das sind so viele leute hier soll das denn ohne es noch nach trainer ich bin dumm egal ich kriege auf die fresse dann bin ich dann definitiv aufgehalten sich ja gegen den astrainer mit einem halbtoten team ist immer immer eine gute idee ravensburger super raus mit dir ja ja das habe ich mir schon gedacht spulen wir schnell war die worte hoho was kommt jetzt ich habe es nicht geschaut sehr gut gemacht nix da drill pack ins gesicht egal was machen wir mit extrem spiel und dies tut ich würde erstmal schnell slot king also nicht slot king sondern wir müssen da möglichst viel schaden rein sieben diesen blöden so police land nur kann er sich nicht aufheilen dass er das gute blisse oh das ist jetzt das doof gegen heiterer habe ich nicht haften houston wer habe ich gerade problem sein großes deshalb verdammt viele hp und es kann eis beam und das tut weh und es hat auch noch auffüllpulver dabei aber vielleicht reicht es ja sehr schön noch gibt 15 aber hat er den genervt wahrscheinlich dieser kerl der lass mich raten der kann giga dreid natürlich trüder popel du ja super ja ja ich verliere gegen ihr letztes pokémon natürlich ok ich speichere hier noch schnell ich bedanke mich fürs zusehen wir sehen uns im nächsten part wenn wir uns an der haus trainer rechnen und bis dahin sage ich bin draußen auf wiedersehen auf wiedersehen ja ja